Gestern Abend wurde der Pool fertiggestellt. Heute Nachmittag soll dieser gebührend mit der Familie und ein paar Freunden mit einer Grillparty eingeweiht werden. Hör mal, ihr habt hier alles im Grill? Dann geh ich mit den Mädels eben die Salate fertig machen. Ihr könnt die Salate machen gehen. Ich kann Luftballons blasen. Ich kann besser blasen wie ihr. Ich muss sagen, es geht langsam voran, dass wir nachher eine schöne Einweihungsfeier hier machen können. So, was würdet ihr denn jetzt sagen? Salate machen, Leute. Hier ist das ganze Zeug drin. Alles ist fertig. Wir machen den Salat. Du hast hier unten bestimmt noch genügend zu tun. Ja, aber tu mir einen Gefallen. Tu nicht alle Nudeln rein. Tu immer handweise, damit das nicht nachher zu drüge ist. Hier, in der Zeit kann ich nämlich dann die Luftballons und eine Gelande basteln für die Kinder. Die Aufgaben sind in der Familie verteilt. Denn so eine Sause für rund 20 Personen bedarf einer wohl überlegten Partyvorbereitung. Wie wird das laut unserem Einweihungsfeier machen? Ist ja gar keine Arbeit. Gar kein Ding. Machen wir damit links. Typisch für uns ist ja, dass wir einen starken Zusammenhalt haben und alle an einem Strang ziehen. Und deswegen kriegen wir das hier alles mit links gewuppt. Also ich muss sagen, so langsam freue ich mich jetzt auf zu Hause. Weil Urlaub war das ja wirklich nicht. Oder? Also ich freue mich auf den. Ja, auf den freue ich mich auch. Aber ich freue mich auch, wenn wir dann das nächste mal wieder hierher kommen und dann einfach alles fertig ist und wir wirklich Urlaub machen können. Ja. Dann ist Feivel dann auch dabei. Ja, hoffentlich klappt das auch alles so, wie wir uns das vorstellen. Doch, es wird klappen. Wir gucken auf jeden Fall jetzt auch, dass wir halt immer in den Ferien dann hier sind. Weil wir kaufen, dass wir nicht damit die Staubmüllmen zu Hause haben. Nee, ich habe auch zu Peter gesagt, wir werden immer halt vor den Ferien schon eine gewisse Zeit vorher, weil wir halt die Möglichkeit haben. Und warum soll ich dann die teuren Flüge bezahlen? Nein, ich freue mich nicht. Flüge muss Selina bezahlen, weil wir wegen ihr Nusserfälle sind. Nein, Quatsch. Auf die nächsten Herbstferien in zehn Wochen freuen sich alle ganz besonders, denn dann heißt es für die Wollnys Urlauben ganz ohne Bauarbeiten. Ey, wir müssen ja für uns schon immer eine ganze Menge kochen, ne? Aber wie viele Leute sind wir heute? Ich glaube 23 Euro. Oh nein. Warum machen wir hier nicht ein Restaurant oder so auf? Das Wollnys Restaurant in der Türkei. Also ich kann ja nur in den Ferien arbeiten, ne? Ist ja wohl klar. Aber ich will trotzdem geteinigt werden. So, komm, wir schmecken jetzt mal ab, ob Mama das auch gut gemacht hat. Eins A. Ja, sind glaube ich jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Ja, heißt, die Party kann gleich steigen. Essen ist fertig. Unten wird die Terrasse gerade schick gemacht. Mama ist am Blasen wie ein Weltmeister. Also kann nichts mehr schief gehen, ne? Kann losgehen. Zwei Etagen tiefer gibt Großfamilien Mama Silvia alles, damit auch in Sachen Party-Dekoration nichts schief geht. Unterstützung bekommt sie von ihren Enkelinnen Anastasia und Katalea. Püppi, du musst mir mal helfen. Du musst jetzt die Ballons nehmen und alle hier über die Couch schmeißen. Wo holst du denn den Schlüssel her, du Nudel? Du auch. Alle da rüber schmeißen. Mit vereinten Kräften und fleißiger Unterstützung der Dreijährigen sind die Ballons im Nu aufgeblasen. Am frühen Abend kümmert sich Selina mit Tante Estefania und Loredana um die Dekoration der Terrasse. Kaum hängt der letzte Ballon, sind die Familienfreunde mit allerhand kulinarischen Mitbringseln auch schon vor Ort. Jetzt kann die Party steigen. Seid ihr nach deutscher Zeit eine halbe Stunde früher, Leute? Was bringt ihr denn damit? Sangria. Seid ihr verrückt? Wir waren kurz im Hotel und haben ein bisschen die Ballons in den Tag. Bei jedem ist hier ein bisschen was mitgenommen. Das sieht ja richtig lecker aus. Da habt ihr euch ja richtig Arbeit gemacht, Sarri. Steht nur noch Fleiß. Auch Kevin und Sarri sind große Türkei-Fans und verbringen ihre Ferien gerne unter der türkischen Sanne. Und euch Kinder? Gefällt euch euer neues Zuhause? Ja. Und hat der Papa euch schon gesagt gehabt, dass er eine Schule für euch hier gefunden hat? Nichts. Nee, das war jetzt Spaß gewesen mit der Schule und dass wir hierbleiben. Wir hatten das eigentlich vorgehabt, aber kommt ja immer anders, wie man denkt. Und ja, in ein paar Tagen geht es ja nach Hause. Aber die Hauptsache ist ja, dass wir alle Male hier noch eine schöne Zeit in dem Haus bis jetzt hatten und weiterhin haben werden. Denn heute Abend wird ja auch der Pool eröffnet für die Kinder. Oder auch für die Erwachsenen, jeder, der will. Freut ihr euch nachher, in den Pool zu gehen? Ja. Lauter. Lauter, ich höre nichts. Ich kann mal andersherum ganz laut. Ja. Freut ihr euch, in den Pool zu gehen? Ja. Höchste Zeit für Flo, den Holzkohlegrill anzuzünden. Im Hause Wollny ist Grillen natürlich noch Männersache. Ja, Grillen ist schon eine Physik an sich. Also, nicht einfach Kohle reinschmeißen, Feuerzeug dranhalten und dann läuft der Ofen. Da muss man schon ein bisschen Strategie entwickeln, um so ein Ding anzuschmeißen, zu grillen. Ich will nicht sagen, dass ich im Gas bin. Ich liebe ja schon an so einem Holzkohlegrill zu grillen, aber man kann nicht einfach die Kohle reinschmeißen und anzünden. So einfach ist das nicht. Denn Grillen ist eine Wissenschaft. Und für die optimale Glut benötigt der Experte noch Grillpaste zum Anzünden, Holzstäbchen und ein Feuerzeug. Eine Stunde später glimmt die Kohle, das Fleisch liegt bereit und die Gäste haben Hunger. Ja, sieht auf jeden Fall mega aus. Mein Magen knurrt jetzt noch eine Stufe mehr und ich weiß es noch auf die Grillzahlen und dann kann es losgehen. Habt ihr alle Hunger? Ja. Das ist ein klares Zeichen an den Chef-Burzler. So, dann wünsche ich euch jetzt allen einen guten Appetit und danke, dass ihr alle hier seid. Danke für die Einladung. Kein Problem, haben wir gerne gemacht. Ich komme jetzt öfter, weißt du, ne? Jetzt hast du ein sehr schönes Haus. Und ja, das war kein Versprechen, das ist eine Drohung. Ne, das ist eine Drohung. Nein, aber schön euch hier zu haben, alle mal an so einem großen Tisch. Man kommt sich ja fast vor wie in Rathalem. Ich wollte es gerade sagen, aber es sind irgendwie noch ein paar mehr aus, oder? Das ist länger. Das ist länger wie in Rathalem, auf jeden Fall, der Meter 50 da hinten ist mehr, ich meine, wir sind ja jetzt auch mehr Leute hier. Und ja, euch einen guten Hunger und den Kindern gleich ganz, ganz viel Spaß beim Planschen. Guten Morgen. 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 Sommerferien in der Türkei. Familie Wollneweid mit Freunden ihr neues Ferienhaus in Ilicia ein. Jetzt fehlt nur noch die feierliche Eröffnung des nagelneuen Pools. Also, Estefania singt jetzt mit euch. Ihr helft ja ganz, ganz doll mit und tanzt auch alles schön. Und danach ist nämlich der Pool eröffnet, sobald wir geklatscht haben. Okay? Muppe los! Das ist ja alles schön. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Backa, die Feeling, die Wellen, rauschen Sand, alles um uns Tissack. Wir tauchen durch den Sternen-Ozean, Tickilas-Sangreis, wir tanzen durch die Nacht. Alles um uns Tissack und der Sommerwind hält uns wach. Salz auf unserer Hand. Deshalb fühlst du es aus, diese Sonnenliebe, wir sind wie im Rausch. Sommer, Sonne, Angst, zeig mir wie du tanzt. Du weißt ganz genau, ich kann dir nicht widerstehen. Wie du dich bewegst, mit den Bällen, mit dem Weg. Gib mir Sommerlieb, die niemals gleich geht, niemals vergeht. Oh mein Gott! So, ein gutes Ende! Oh mein Gott! Yeah! Oh! Vorsicht! Wuh! Also ich schwore bei Gott, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich die Erste bin, die fliegt. Ich habe eher gedacht, die Kinder sind so die Ersten. Aber es war echt ein mega-nices Gefühl, im Pool zu sein, im Pool einzuweihen. Und war auch echt mega cool, dass dann alle noch dazu gekommen sind und hat echt mega viel Spaß gemacht. Ja, Estefania hat richtig gut gesungen, aber die war schon so gut gestylt wie irgendwie keiner am Tisch. Da habe ich mir gedacht, komm, pack sie schon ab in den Pool zur Eröffnung. Bei der Pooleröffnung bleibt keiner trocken. Außer Sylvia.